um es war wieder kann ich sage herzlich willkommen zurück zu BF3 Multiplayer mit dabei ist wieder ja die Piste Hüpfer ja der ist ja auch und und erhielt auch nur und vorerst für uns ja und wird exaktiert und ich habe mich gerade sehr gewonnen hat so bist du jetzt außen außen ging es raus aus Charly raus meist mich sehr ich bin eigentlich gar nicht ich bin gespawnt und auf einmal war ich direkt hier hat er von zehn runtergezählt waren geplicht in die keine Ahnung ich war mir was los war kommen wir schon wieder rein da ich bin noch ein Team wechseln musste ja in einem Sporn und bin direkt im Gebiet wo ich halt nicht hin darf und ich bin ja bei niemandem gespawnt er hat ich bin das bei den russen er hat sie war das so sehr wichtig ich guck mal ob ich Teamwechsel machen kann okay ob ich hier ich werde aus dem Start aus dem Eindruck ja ich will jetzt auch Team wechseln was und bin jetzt bei ja ich bin bei euch drinnen so jetzt wo ich erstell mal ein Spot schnell ne wir sind doch alle drei wir waren doch alle drei in der Sette keinem Spot da steht er da ich habe jetzt ein paar so was so ein reiches zu ja ich bin dabei ist dabei ja welchen bist du ja ich habe keinen Plan wie mein Spot jetzt heißt ja er heißt ich ich weiß was ich jetzt hier rumschlitze ach ja hier bin dann wartet man auf mich so ich habe keine Ahnung ich kann mich nicht mehr aus ich habe hier im Panzer gefunden sie wird mir alter jetzt fährt der Eiskalt weg ich glaube das Panzer hinweg gerade einsteigen und dann warte da renne zur Straße vor ich habe ein ich habe ein Auto da kann es Panzer ist verbessern ja ich wurde ich werde es eben stirbt man nicht ganz zu schnell ich wollte mit dem Auto zu gefahren ich bin jetzt hier hierbei es heißt Turbo will ich nicht rein machen weil da fahr ich dann mal gegen so will man die normale Strecke zu gehen das ist und er hat mich gerade abgestellten von der Rakete die wir schießen dann verblasen er hat sie kriegen hier wenn wir spüren wer kann mit dem Stab jetzt war ich nach der Luftzeit aus der Jahre so er fährt zurück sowieso sowieso schubst doch nicht aber ich glaube dass ich den Panzer aber ich bin hier mit dem verkackten Jet er bringt eine Fächter aussieht da ist es zu mir und ich kann jetzt jetzt wird gestorben Trostwerk wo ich halt ausstecken war aussteigen ausbekommen aber ja ich bin auch ausgestimmten Dank des Hubschraubers das ist wieder einer der seinen Joy Knibbel ausgepackt hat und jetzt da ich mache sie ich mache mich mal mit er ist ich bin beim Hüpfer sehen vielleicht kriege ich den anderen ach sie ist jetzt kann 2 zu wählen alte Taktik da einfach mit dem Durchs einfach war immer so ja man ja auch immer auch so hoch der wird jetzt hier aber das war ein der war ist das ein Schrottpatscher habe ich mich jetzt aber ich habe mich selber das war jetzt zu flachen das ist immer schlecht einzuschätzen das ist ein bisschen die die abzuschuten das war so gut gerade Pazza er haben müssen müssen sich daran am Ende treffen kann weil der Flug zu kurz vor Fliege mein Endeffekt so und der ausfasst jetzt raus und jetzt absolut abschließend und ich hoffe die Kabel durch treten Euro auf der Panzer von vorne ja da musst du die Trunk für man kann nichts mehr als Schrauber schüttet man mich weiter um die Heli hier das ist ja auch prima hier ja es war ich jetzt doch ich wollte ihn ich wollte den Heli ram ah Mist ich hatte irgendwas getroffen aber ich werde mal aussteigen so ich bin auch raus da Panzer ein bisschen einheizen kann wow von vorne kommt ein Panzer deswegen habe ich mich ja verkrümelt weil ich das ja schon kennen das Spiel hier also ich habe überlebt ich steig aus so jetzt werde ich auf den Neatom ist soweit oder wo ist der? Schade der Feind sie kriegt ach nee da komm ich nicht mehr hin ach ich möchte mal hier ein bisschen was im Telpen oder so ich bin zu zäh ich wusste jetzt kommt ein Feind in deine Richtung ruhig jo ich bin tot ich bin tot ach lass uns mal bei Daniel trocken mit der Luft ja was wir machen oh da fang ich mir gleich eine Mumpel ein ist ja mal prima ach ein Sniperku das wär ich boah alter Sau der hier ein Jet ein Jet für mich ja das läuft jetzt ich bin gerade beim zweiten Jet bin ich gerade richtig gut geflogen muss ich sagen ja fliegen läuft aber ich kann nicht gleichzeitig schießen oder so also ich werde kein Jet nehmen also ich hätte auch fast ich hätte auch fast den Hubschrauber gerammt auch von meinem Hubschrauber bisschen getroffen habe ich nie also ich habe jetzt einen Hubschrauber also wie weit ich komme mit dem Teil boah ach das ist ja ganz toll ich fliege mit dem Jet Kamikasta hin springe raus dann werde ich dann gekillt von dem Abraham oder Abrahams oder wie auch immer heißt er er hat er weiß wie lange überlebigt mit Hubschrauber ich werde ich habe ja ich komme zu ihr aber alle die wollen sie jetzt ich habe ich habe ich habe einfach den Hubschrauber verlassen ob ich blöd alles wollen sie haben wo du wohl nicht raus jetzt bin ich oder zu Eirat nein ja bei A ist die Luft ich bin ja gerade mit Hubschrauber rausgesprungen und habe den Panzer nochmal in der Rakete geben können so lass mal hier C oder C, D oder ja C oder D eigentlich versuche ich immer B wieder zurück zu verworfen ja B ist ein bisschen weit weg deswegen also ja komm D ist am dichtesten dran dann hier kommt ja da oben auf die Werkspitze Werkspitze dann komme ich mal in die wenn der Eli mich jetzt nicht abschießt ja ja ich habe auch schon hinter mir wieder gemerkt Bist du schon mit Panzer unterwegs oder was Daniel? ey da oben war es ist nur noch ne oh 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 ja ich merks ich merks erstmal hier ran am Felsen boah wie ist das denn? ja weil ich kann nicht bei Dysporn nee jetzt bin ich tot ein Premium Hubschrauber der Hubschrauber war da ich habe gerade Arschkarte sehe ich ich genau meinst du dir ist Panzer oh 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 Das sind wir bei C droppen das ist nämlich gleich bei D die die vorne war doch gerade der Feind und nochmal ein Versuch dieses Sao sao steht hier auf dem Hügel will die abgestellten gibt es ausgestiegen sollte man Bescheid menschlich er wird drin was ich sehe dabei habe Raketenwerfer hinter er hat ja schon wieder an der selben Stelle der Lichter waschen will er wollte dich nämlich gerade anvisiert Racken er war okay er ist der Weg herausgesprungen war ein bisschen zum heißen aber ich habe doch noch mal Glück gehabt jetzt gut jetzt sind sie holen sagte Daniel Sokter die Kelle Frustecke Daniel Uffach ach ihr halt alle hier und ihr er jetzt geht es ab in einer gewisse Begründung er hat er ist so nicht aber nicht mehr lange eroberten Nürnberg jetzt kann man versuchen ach ne, da haben wir im Stück die auch irgendwelches Cyber wohl so lackierig ach ach ach, ist so weit entfernt ja, ich würde eher sagen die, ne ja, da kämpfen sie ja schon ja, komm, let's go to today echt? bei denen ist das aber glaube ich so wie ein Fazer, oder? ne, jeder, jeder ist müssen die hier bloß ein bisschen ich kann ein paar Granaten hochschießen ich werde erstmal ich werde erstmal waren ab auch ich bin tot und noch ein paar mehr zu können erst überlegt und er wird der Kreis oder ich wollte es gerade die Brüder in der Klasse gestorben achte das erledigt so Granaten hochwerten ja da hängen wir gleich noch eine Runde ran ja fast da so läuft ich habe es denn wird eine runde läuft noch nachher 0 zu 5 ich hoffe das haben wir jetzt nicht gesehen sind auch dabei deine aufnahme weiß ich nicht am 1 haben sie sehen wo das orange ist aber ich war nicht letzter wie gesagt ich hoffe ich hoffe das andere interessiert mich nicht so hauptsache ich bin nicht letzter ich habe es noch eingekriegt sich mal ich bin ich bin auch nicht letzter das er noch ein paar das eine mit 4 zu 4 ist noch hinter mir und ich habe 0 zu 5 deine typen 0 zu 25 da wird dann schon bis zum Teil mit 06 Gito aber wir seien es gibt auch alles die Zeit guckmann der Typ unter dir da achten unter dem Daniel ja das ist also hin also aber der doch mit mega dringend aber er ist ja erst Prozent Level 3 hier ja und wie gesagt denn der Ping m ach hoch ja das ist mein Plan Spack dann bestimmt übelst da sein Dings da hallo hier wird nicht geraucht sind wir jetzt im um um sind das Wort ist es gleich wieder genau ja durchsachen das ist das okay es ist jetzt nicht dieselbe und haben ein Hubschrauber Gehekei Gehekei so gut ist was das macht dieser Verteil gefolgt hier ich habe gesagt er war das weitergehen er will hiermit fliegen scheiße wenn niemand er war zwei Karte was aber was habe ich nicht vertreten sie wird ja Panzer zum Mann ein so einer Art Fuchs oder so Luft und Lufthansa der Herstzeit ist das glaube ich zu aber ich steckte um ich werde schon abgeschossen hier es tut Nö 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 3 7 Prozent verloren das heißt wenn die Besucher heilert Falkmanus Nelda kompetiert ich habe auch vor als Kanonfutter ja genau denn hier und meinen kann haben sich die Millimeter das schaust sich hier um ach der Fall zu belegt es soll der Fall ich so schnell ich bin ich so schnell ich komme da nicht mehr sie sehen ich bin nur grad tief geflogen er gibt es sich zu sehen ich habe so gesehen so ist mit dem Weg ja jetzt müssen wir anvisieren Rieger hier ich komme auch zu b ich habe gerade auch auf die Karte ich habe gerade Prozent das gut oder wer ist es stehen zu tun Prozent sie fachvisiert für ein AK er hat der Karte aufbastet ich lasse die wollen ich lasse das wenn man muss vorlesen muss vornehmen doch ich bin schon besser geworden also vorher da bin ich in Höhe hochgefühl startet und ja das war es dann schon das war immerhin ja die Kompresse Achter ist auch da ja und da vorne ist zudem Karte auch aber zwar war es war also Achter haste die auch doch mal es ist Witzel B oder man die Straße rb sind hier zwei panzer ich mit meinen fuchs oder wie dann sich das teil hier stimmt schön auf dem jetballer b ist gut aufgelassen von uns gut übernommen ja da können wir von b rb aus zu deglade aussteigen ich sage jetzt vor allem jetzt wenn da wir warten ist zu viel ballert vor allem feindlich überfahren das ist nicht schafft zudem einster so bei dem akzept die lehrer zu retten vorformen so auch nicht glauben über die lösung des halben es war mit autos weg büros auch wenn man die hinschäuschen auch ich habe sehen ja der panzer ist von uns hier das ist mein auto das ist ausgestiegen ausgestiegen auf 60er panzer und ich kann da auch so schön offensichtlich hin mein abschnitt macht hier und die saugen ich werde mir mal hinten ran schleichen an den Panzer mit Raketenwerken ich komme mit meinen Autos wie sie wohl ist hat sie kamt die Kirche machten die der das Aussicht versuchten sie schon muss er in meine Hütte kommen er hat er wo sei denn gerade dabei er wird damit auch kurz kommen hier aber er hat er was hat das passt er liefst du bist auch der Kopf ist jetzt bei jeder wird der Stiftung der Kieler Aspartner da ich habe die Bildung ist erschießen 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 die Bede ich habe nur mit der hat es das war mal klar der ist ein Leben und ist er hallo er belebt ihn doch wieder so bekommst nicht weniger ich trau mich bei dir so da ist es jetzt ne ich war ja tot aber ich habe mich auf die Staupläne wenn man dann tauscht kaputt ich habe wieder blieb 100 Punkte kriegt der hat 100 Prozent rechtlich der Jeep so er hat war aber da kann man jetzt zu ihr oder überwarten ist wir sollten mal von Berger ist ja der einzigste noch er geht wie es so schon wieder so viel weiter um ist es kann nur einer mitfahren bei der Welt aber wichtig bis jetzt nicht zu jeder ja Scheiße ich hab einer gekriegt bei E.B. äh lässt sich bei mir droben der E.R. tütet achtet war so er die Sonne die GAP geknallt hat die sich vielleicht ein bisschen langsam vorgeben da bei E.B. ist so sieht auch so aus hier steht ein Auto noch ich gehe mal auf unsere Sicherheitstreppe so ich bin hier bei E ich bin hier bei E auf der Sicherheitstreppe ein Stück zurückrücken ein Stück zurückrücken so jetzt kann er kommen wenn wer will was ich sehe bei meinen AK-Zinker guck mal zur Seite kurz Visier ja da hat gerade ein Versuch drehen zu schießen ich hab immer noch neu zu neu hier oh da fliegen die Blätter wir hauen über Dach ab hier aber wir haben es ja wir haben es geschafft da ich bin über Dach ab hier düst auch ich hab gerade gesehen dass mich einer getrapt hat wohl gerade aussteigen bin ich tot oh 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 schnell weg hier plus schnell Abflugmacht 8 die wird ja auch schon wieder neutralisiert aber C ist besser bald E.D. ist doch okay zur Gäbe ach du bist und könne Daniel Langer Langer gesucht und spiel da die Koste aus der Welt schießt geschießen die Eifelmeil des Worten der Hubschrauber wieder Hubschrauber ja ich sehe gerade nicht verraten hat er seiner wenn die Lauf der Laufsburg zu der jahre Quater ist der Laufsender her ich habe ich habe die Drecksau der Kahn Rhein-Berckow wir abtab erst mal schütteln dass er sich so muss man ein solcher ich trau mich aber jetzt vorhanden das heißt auch noch mit einnehmen das auch hier versteckt war mein Lieblingscontainer das ist ein Haus das ist versteckt so jetzt kann man eigentlich es sagt zu bemerken auch ich werde die Verlangen schocken oder Hedy jetzt die Ball so ist kommend auf und ich habe gebracht ich habe Prozent siehe oder die oder was hast du gesagt das ist wichtig ich bin aber nicht gerade unter ich bin auf dem vorfels er war nicht der heutige Ecke total abgerutscht Schrauber wo ist was 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 er hat nehmen wir waren an damit auch schützt sie heute ein habe ich gekriegt der gerade da aus der Lücke KPMG ich hatte die Kiel Serie gerade es ist ja vor Ort bei ihr müssen trocken lassen was er ist das jetzt hier gleich die Post abgeht und ich würde mal sagen mal versuchen hat sie den Wald es ist jetzt hier im Wald so soweit nicht von mir alle Gitter Warte mal kurz die Karte gibt es nicht hierbei wollte Proben Schrauber hat gerade versucht das ist die Frau die sie nicht in den Wald getraut Euro ich werde hier vom Schrauber ich höre ihn er hat mich gekriegt Saja auch nicht so weit weg EG er hat hatte ich aber nicht verstehe weil ich da war gerade mit im Wald die Karte nicht sagt eigentlich abwahlert nach Schöpfen als Mitglieder was für eine Scheiße ne ich bin es bis zu sein das Spiel und schnell hier in die Karte selbst wenn man e immer nach Hause ich komme zu mir hier ich halte nur die seite freund er und ich die abruf er knattert hier doch schon als panzergehalt geknattert bitte hier würde ich machen bleiben ich mache mir hier ein auf Pionier hab ich noch nie gespielt wer jetzt Pech hat, hier kommt uns gleich ein Panzerverfahren das geht, ah, oder er feiert eine Seite ja, oh, das war wohl nur so ein kleines Stück ah, Sonne, 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 ja aber ist ein normaler, ne? zu Recht, ok, dann trau ich mich bei Tommens Auto ja, hab ich auch schon Beifahrer hier ja, ich darf rückwollern also Finzer, Finzer mal entscheiden hier ah, ich steck aus, da hat ungefähr gerade nein, ich bin nur dagegen Pfeiler gefahren, deswegen ich darf nicht so, oh oh oh, oh oh, Panzer hör Gott, kannst du mit mir drauflassen da learn ja, jah bist du auch tot? bis du ruleztestforming vorher? das als man jahren ja ich will strebreaking ich hab's überlebt Records, der Panzerkrampaание習 direkt auf und zu aber der givegerte striktes Jezu es ist das Gas gehen soll und vorbei 100 Eike Shout Steam jetzt bei der ich habe es immer nur morgen und so zu von hier oben ich werde zu gehen verboten Gegner gesehen ist es für das Morgen ein Alkohol er sieht das auch vor mir hier was er gibt CSU so auch ich will es mal beziehten kann er denn und hat so ist mit dir erster muss ich hab da so ein Gefühl weil sie ist meistens immer nur so ein Durchlaufdienste was hast du da für die Früge so wie er das ist wie hier der Entschuldigung erhältnis einer der Verkennung und schafft es zu beendet treff ich eh nicht wurde er denn jetzt so gut als gut nix spät die nachschlösen den meintest du nebenan sich eigentlich nicht in einem solchen hat sich nicht wort man ja Wann sind welche Kricht jetzt? Ist aber egal. Ich kenne mal C. Ach, hier sind Z. Ja, fliegt doch mal. Ja, meist. Kannst du drauf von da sein. Ich guck doch mal an die Luft, wenn du oben bist. Und winkt immer. Wollte bei mir oder was? Was? Wollte bei mir oder was? Ja, ja, C. Pass auf, da rennen. Einzelne, vereinzelte Soldaten rum. Ja, es ging Bliékyzer Jacqueline. Ach, hier oben. Ich flieg über euch. Wollte raus. ich würde sagen mit der ausgesprochen habe ich geholfen das habe ich ein bisschen kriegt mal vieles mit uns entschieden es trotz ich habe schon das beste drauf was das ist ein holo Prozent dort das beste er steht mich hat er ich hatte er nicht so gut sobald er mich kriegt und rechnen ich weiß nicht wo ist jetzt so dann hier schön an der wand dran da hat er es in der Hand der hat mich jetzt auch so eine aber es ist dasselbe der die ganze Zeit schon um auch nach jetzt bin ich auch ich hab's überlebt und 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 Scheiße hat mich äh ich die Granaten hat drei eben Schrauber aber zieht die EO ich hab Primo Schrauber abwächst Hälften ich hab da es jetzt auch bei C die übernimmt es jetzt hier Ecke er muss ja er musste ist dahinten wenn man von ich halte mir gehabt ich habe gerade gesehen der Lüfte an der Felsen lang der Beiziger da hinten sagt jetzt muss ich habe ihn das ist wie das ist abruf ausgereicht ein habe ich der ist bei dir dann ja Andreas er habe ich erspart er hat gerade vor mir weg der Lüfte zu hier läuft mir rein was er ist wieder Haltungs ich habe auch eine Hilfe aber erst der Fall bei der aber als BD kriegt nicht mit uns das ist einmal zu zweimal Töten aber im dritten Mal schauen wir nach da machen wir nicht mehr den Fehler genau jetzt können wir das wo wir jetzt sind die konnten sie nämlich jetzt nicht mehr als B ja die konnten sie nämlich auch nicht mehr bei C jetzt droppen das ist so gut jetzt aber die Renn jetzt hier wieder her die Wollung Ziel wieder hat er ist ein sehr kommen wir wieder vorbei zumal diesmal der Markt das ist sehr das ist das Kreis der Panzer was er eingetreten denn was ich irgendwas ist auch nicht der Panzer ist stark schlecht nach dem Tod der Bissett Schütte ich hab bei der Ego gekült aber er hat sich nicht das hat mein erstes Film gemacht was gibt es zu lachen ich glaube es hat sich so ist von Albert C und aus dem Wettbewerb nach so und ich mache mal einen Schnitt bis zum nächsten Mal